Hallo liebe Freunde, wir sitzen mal wieder hier auf der Couch von NextUp, mehr oder minder sozusagen. Und wir haben wieder was sehr cooles zu verkünden, zu veröffentlichen. Hallo Sunny erstmal. Hi. Hallo. Ja, wir kennen uns, ne? Ne. Ja, wir haben wieder was zu verkünden, liebe Freunde, denn der NextUp Release ist einigermaßen gut vonstatten gelaufen. Wir haben ordentlich Besucher auf der Seite und ihr nehmt das eigentlich alle relativ gut an, muss ich sagen. Danke in diesem Sinne. Danke in diesem Sinne, ja. Fürs Vorbeischauen, ich kann schon nicht mal richtig sprechen hier, es ist schon spät. Es ist total aufregend, was wir jetzt hier vorhaben, deswegen sind wir selbst total schon aufgeregt. Das stimmt. Ja, es gibt einen Grund, wir haben ja ein Release-Gewinnspiel angekündigt. Natürlich ist der Release jetzt vor zwei Tagen schon gewesen, allerdings mussten wir natürlich noch das ganze Zeug, die Laster und die LKWs mussten wir erstmal rankern, dass das ganze Zeug hier überhaupt Platz findet in unserer kleinen Mitte hier. Einzimmerwohnung ist angstvoll hier, wir können gar nicht mehr laufen. Ja, deswegen. Ist so viel Zeug zu gewinnen. Und ich würde sagen, ja, wir bedanken uns erstmal an die Sponsoren dieses Gewinnspiels. Ja, erstmal danke zuerst bei den. An den, ja, ich kann nicht sprechen, tut mir leid. Ja, bei den Sponsoren bedanken wir uns natürlich, das wäre zu einem die guten Leute von Kimbo, beziehungsweise insbesondere der Michael, der uns das Ganze hier unter anderem ermöglicht hat, dann der gute Björn von Sharkoon, die Leute von Activision, von Nintendo und von CD Projekt, ja, mal richtig ausgesprochen diesmal. Und ja. Diverse andere. Diverse andere, tatsächlich. Das ist schon gut. Ja, schon gut. Ja, und. Und den Moritz aus der Redaktion. Ja, der sogar selbst als Redaktionsmitglied hier selbst was springen lassen hat. Das ist schon ein Traum, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit zunehmender Qualität der Preise an. Das heißt, wir fangen erstmal an, was ihr bekommt, wenn ihr nicht gewinnt. Ja, dazu die Frage, die kommt jetzt im Laufe des Videos. Ihr müsst ganz genau aufpassen, wenn wir gerade was vorstellen. Dann zack, werfen wir die Frage ein. Nein, aber wir stellen die Frage wirklich zwischendurch, einfach damit ihr ganz genau aufpasst, was wir hier Schönes an euch zu vergeben haben. Und erklären euch dann, nachdem wir euch erstmal die Preise gezeigt haben, wie das Ganze ablaufen wird, die Verlosung und so weiter und so fort. Und deswegen starten wir einfach mal. Wir haben es nämlich ein bisschen gestaffelt von so großen Preisen bis hin zu quasi Trostpreisen, die ihr, wenn ihr wollt, gewinnen könnt, wenn ihr beim Losverfahren nicht bei den großen Fünf dabei seid. Um das schon mal anzumerken. Ja, so, ich schnappe einfach mal was aus meinem Haufen. Ich rede gerne irgendwo hin. Tja, wir fangen quasi mit den Trostpreisen erstmal an. Sagen, die wühlt sich erstmal durch den großen Haufen. Das bedeutet, wir haben jetzt, sagen wir mal, das Ganze gestaffelt. Wie gesagt, wir haben fünf große Preise, die wir jetzt quasi als Hauptgewinne an euch verlosen werden. Falls ihr aber nicht unter den fünf Glücklichen seid oder vielleicht für euch nichts dabei ist von den fünf großen Preisen, haben wir natürlich auch noch separat was vorbereitet, falls ihr entweder kein Glück hattet oder falls euch das halt nicht so ganz zusagt, was wir da an den Hauptpreisen verloren. Deswegen haben wir hier und da auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Tja, Sunny sucht gerade ein bisschen Platz hier. Nee, ich sortiere ein klein wenig. Achso, okay. Ja, währenddessen kann ich schon mal ein bisschen was anteasern. Also es wird quasi so laufen, ihr habt dann verschiedene Möglichkeiten, bei dem Gewinnspiel Metall zu nehmen. Verschiedene Lose nennen wir es. Achso, das wollte ich dann am Ende erklären. Ja, deswegen, aber ich muss Zeit schinden, ehe du hier fertig bist. Ja, ich blase eine Runde. Und das versuchen wir das Ganze, dass ihr dann quasi durch die Lose eine höhere oder eine bessere Chance habt, zu gewinnen. Das hättest du eigentlich auch vorher machen können. Brauchst du eigentlich auch nicht aufblasen, weiß ich nicht. Damit, das sieht man aber, das ist wie beim, wirklich auf dem Rummel. Kennt ihr das, Rummel? Da gab es auch immer so Trostpreise, wenn man Lose gezogen hat. So ist es hier genauso. Ja, für Vegetarier ist das allerdings nichts. Deswegen macht es hier auch Sunny, ne? Nee, fünf Lose gibt es, beziehungsweise sechs Lose, sechs Lose gibt es zu vergeben. Die Aktion, die ihr dann später durchführen müsst oder könnt, je nachdem, ob ihr dazu Lust habt oder nicht. Das ist natürlich alles optional und offengelassen. Allerdings erhöht das natürlich eure Chancen. Aber zudem gibt es dann halt noch eine Frage, die euch quasi für das komplette Gewinnspiel dann noch qualifiziert. Dazu aber mehr, denn wir stellen jetzt erstmal die Trostpreise vor. Hier ein wunderschöner Luft, wie heißt denn das, Schenkel, wie heißt das, Keule. Eine Hühnerkeule. Ähm, die hatten wir auf der Gamescom bekommen, zu dem Spiel Gauntlet. Ähm, ja. Vielleicht tun wir die auch einfach irgendwo dazu. Davon haben wir nämlich ein paar. So sieht die aus. Wunderschön, könnt ihr knabbern, könnt ihr jemanden auf den Kopf hauen, wie ihr wollt. Ja, wenn ihr auf der Gamescom bei Warner Bros. wart, dann habt ihr das vielleicht sogar live in Aktionen gesehen. Die Leute von Gauntlet. Ja, so, aber wie gesagt, so, jetzt mal zu den ernsthaften, ähm, Verlosungen. So, wir haben, ja, wie schon mal erwähnt zu unserem Gamescom-Vlog letztes Jahr, eine Menge zum Beispiel an T-Shirts bekommen. Da, äh, wir die fünfmal, sechsmal, siebenmal haben manchmal, oder hatten, haben wir davon immer noch welche. Da wäre zum einen ein T-Shirt oder mehrere T-Shirts von dem Spiel, das kannst du es mal aussprechen, du hast es immer so schön ausgesprochen. Elite Dangerous, oder wie ich, wie ich sag, Elite Dangerous. Elite Dangerous, hinten Gamescom 2014, ähm, wenn ihr das Spiel, was Sky, was ist das, ähm, Parallelspiel dazu quasi, Sky, wie sagen wir das, Sky? Von Chris Roberts. Naja, nee, das ist... Ich weiß grad, ja, ja, ich weiß grad nicht, wie es heißt, äh... Auf jeden Fall so ein Universum, Raumschul... Star Citizen. Genau, danke, Sky Star, wo ist der Unterschied? Ähm, genau, wenn ihr irgendwie auf sowas steht, guckt euch mal dieses Spiel an. Dazu könnt ihr ein schönes T-Shirt tragen oder euch damit auch ein Zelt bauen, denn es hat Größe XL. Ähm, ja genau, dazu, äh, dann auch noch was. Ähm, wir haben dazu einmal Größe XL, einmal Größe S. Oh, oh, greift zu, Leute. Die S ist sogar zweimal vorhanden. So, wir haben zweimal die S, einmal die XL, die sind sogar noch original verpackt, Leute. Dann haben wir hier... Zum Teil. Ne, die hab ich grad ausgepackt zum zeigen. Dann haben wir hier, das kann ich nicht sehen, naja, noch irgendwas und nochmal XL. Da steht ein P drauf. Ne, CH. Ja. Ist eine CH. Ja. Wenn ihr, also ein schönes Skyforge, ach, doch Elite Dangerous Skyforge. Skyforge ist ein MMO. Ich glaub, nee, doch ein MMO. Ich war grad die ganze Zeit Sky, deswegen Star Citizen ein ähnliches Spiel haben wollte, nur mit einem anderen Namen. Es ist ein Weltraum-Simulations-Shooter-Aufbau-Raum-Zeug-Spiel. Ja. Ähm, genau. Ihr habt also auch bei den Trostpreisen die Chance auf eins dieser tollen T-Shirts, ein tolles T-Shirt, wie auch immer. So, dann haben wir noch ein, äh, schönes T-Shirt, was ja in letzter Zeit mein liebstes Nebenbei-Spiel ist. Oh! Seht mir überhaupt was her, wa? So, das ist, äh, das T-Shirt zum Spiel Nosgoth. Ähm. Nosgoth. Ja, wo auch schön ein Gamescom 2014 Druck drauf ist. Ähm. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ist so ein lustiges, äh, Multiplayer-Spiel. Mit Vampiren und Menschen. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe schon sehr viele Stunden damit verbracht. Das hätten wir zum Beispiel einmal in der Größe M da. Vielleicht, ach nee, ich wollte gerade sagen, Mitarbeiter ausgeschlossen haben. Mehmet, wäre was für dich. Aber nein, tut mir leid, Mitarbeiter sind ausgeschlossen. So. Und, äh, als letztes T-Shirt in der Größe M. Es ist zwar schon da, wie heißt es, ist zwar schon draußen. Ist schon released worden. Leider Gottes seit, äh, boah, drei Monaten, vier Monate. Ist schon eine Weile draußen. Also, wie gesagt, ähm, haben wir ein Lords of the Fallen T-Shirt. In der M, habe ich schon gesagt. Wunderschön mit Schriftzug. Hinten ist auch was drauf. Das ist das Logo. Ich wollte auch nur sagen, dass hinten auch was drauf ist. Es ist bei vielen nicht. Achtung, mal kurz. Ich muss mal hier weg. Sie schwenkt aus. Sie schwenkt aus. So. Ähm, genau. Das waren die quasi, äh, es ist immer so zu formulieren, niedrigsten Preise. Also, die sind ja schon schön, so das Lords of the Fallen T-Shirt oder sowas. Aber das, äh, Elite Dangerous T-Shirt sind schön. Aber es kommt natürlich noch besser. Wir haben dann zum Beispiel noch für euch. Uah! Ja, ganz coole Sachen. Unter anderem jetzt, äh, von Xbox One. Ja, das ist ein, ähm, kleiner Beutel mit unbekannten Inhalt. Das ist ein Tonbeutel, den man damals in der Grundschule hatte. Ja, du vielleicht, ich nicht. Ähm, mit unbekannten Inhalt. Die haben wir zweimal. Sprich, das sind kleine Xbox One Überraschungspakete, die wir bekommen haben, als wir auf dem Xbox-Event auf der Gamescom waren. Und, ja, da sind coole Sachen drin, die werden wir auf jeden Fall auch noch an euch verlosen. Zweimal vorhanden, wie gesagt. Und, ja, jetzt können wir eigentlich mal mit dem hier weitermachen. Ja, und was ist mit hier einzeln? Achso, hast du da gar kein Dings dazu? Noch, hab ich. Hab ich. Ähm, aber ich würde das erstmal einzeln, weil wir das nur einmal in der Ausführung haben. Okay. So, dann haben wir noch was Schönes ergattern können auf der Gamescom. Zu dem Spiel. The Witcher 3. Das ist ein bisschen schöner aussprechen können. The Witcher 3 ist ja noch nicht released. Da haben wir einmal im Angebot ein wunderschönes Artwork-Poster, T-Shirt wollte ich gerade sagen. Ist auch ein wunderschöner Stoff. Wie heißt denn das? Druck. Ja, ist schon sehr qualitativ hochwertig verarbeitet. Also, ist schon sehr dick. Ist mehr Pappe-ähnlich, kann man sagen. Also, sehr, sehr hochwertig mit einem auf jeden Fall sehr coolen Artwork von Geralt, beziehungsweise auch noch, ähm, ja, einem Monster, das man, ja, aus Trailern zum Beispiel kennt. Das, ähm, das ist ja relativ groß. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren im ersten Gameplay-Trailer, den man gesehen hat, war das das Vieh mit dem, ja, mit dem Geweihe. Sieht halt ein bisschen aus wie so ein wild gewordener großer Hirsch oder sowas. Auf zwei Beinen, weiß ich nicht. Ja, das ist schwer zu erklären. Dieser kommt bei euch dann in so einer schönen, ähm, Verpackung an, damit auch nichts kaputt geht. Und auch hier wieder das Gamescom 2014 Limited Edition Poster. Aha. Gibt's, äh, sonst fast nicht zu kaufen. Glaube ich gar nicht, weiß ich nicht. Ja, ähm, natürlich haben wir das Poster quasi nochmal, aber in Verbindung mit einer, äh, schicken Tasche. Und mit, äh, weiterem Inhalt, der, glaube ich, auch noch drin ist, ne? Ja. So. Wir haben hier auch wieder einen schönen Witcher 3 Beutel. Ganz toll, auch, äh, total dick. Kann man total toll zum Einkaufen nehmen. Oder was ihr sonst damit macht. Auch wieder beidseitig bedruckt. In diesem soll ich, äh, sagen, soll ich rausnehmen, was da drin ist? Kannst du mal machen, ja. Okay. Ja, ein Poster, wie gesagt. Das sieht man ja schon so ein bisschen. Genau. Dann haben wir ein T-Shirt. Wuhu. Ja. In, äh, der Größe L auch leider nur. Hast du viel Kaffee getrunken oder so? Das sind diese Gamescom-Leute. Auf jeden Fall, so sieht das T-Shirt aus. Vorne. Und hinten. Ja, im stylischen Grau, ne? Vom Heute. Das ist quasi modisch sehr im Trend von 2014, 15. Ne? Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Zudem gibt's dann halt, äh, noch so einen kleinen Fact-Sheet letztendlich. Ähm, ja. Da könnt ihr euch ein bisschen informieren über The Witcher. Ist jetzt nichts, äh, total Geheimes, ne? Nichts, was man jetzt ohnehin nicht schon kennt. Aber können wir, also haben wir dann sowieso dazugekriegt, können wir also euch auch noch mit reinpacken. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber, ja, könnt ihr mal durchblättern. Könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, da gibt's bestimmt ein paar coole Sachen. Ja. Drinnen, ne? So, ähm, das war's, glaub ich, von den Dingenskirchen. Trostpreisen. Trostpreisen. Ja. Ne? Fangen wir mal mit den, mit den heißen Stuff hier an, ähm, weswegen wir hier eigentlich da sind, ja? Das sind ja nur die Trostpreise, liebe Freunde. Ja. So, mit was fangen wir zuerst an? Du hast gerade gezeigt. Das kann ich nicht lesen. Das ist sehr gut, ne? Moritz. Moritz. Ach, Moritz verlosen wir. Wir verlosen unseren Redaktions, äh, ja, Redakt, nein, Redaktionsfrischling quasi. Ach so. Ne? Den verlosen wir, der ist... Ne, den möchte ich nicht verlosen, der ist gut. Den könnt ihr euch ausleihen. Das, na gut. Ne, der gute Moritz aus der Redaktion hat uns einen, ähm, ja, schicken Key, den können wir jetzt, äh, grad nicht so zeigen, weil... Hab ich nicht, ne? Also... Ja, Key. Key halt, ne? Erzähl mal mehr dazu. Ja, ist ein Spiel. Naja. Ähm, es ist eine Anthologie-Edition von The Elder Scrolls, zu dem, also die Anthologie vielleicht, wenn ihr das kennen solltet, ähm, enthält vier Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Fünf? Okay. Fünf Spiele enthält das Ganze, äh, die Sunny jetzt mal gut vorlesen kann. Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion und Skyrim. Habe ich jetzt fünf, ja? Ja. Genau. Also quasi alle. Eigentlich alle. Ich glaube aber, ohne DLCs, wenn ich nicht täusche, das ist quasi nur die, die Vollversion ohne, ähm, DLCs, beziehungsweise Skyrim hat ja nur DLC, die anderen haben, obwohl Oblivion könnte noch DLCs haben, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil das ja schon ein bisschen älter ist, auch tatsächlich. Ja, das ist einer der Hauptpreise letztendlich, aber es wird immer noch besser. Ja, äh, Moment. Achso, ja, jetzt musst du noch vorkrammen, so. Dann, äh, ein Dankeschön an. Den guten Herr Michael von Kimbo. Genau. Ähm, der war nämlich schon freundlich und hat uns zwei Keys zu Dying Light zugestellt, überreicht, ähm, zugeschickt. Zur Verfügung gestellt. Das habe ich gesucht. Genau, zur Verfügung gestellt. Einlösbar ab Release, der, ähm. 30. Januar ist. Am 30. Januar. Also, am 30. Januar könnt ihr diese Keys bekommen. Vorher geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt schon einlösen kann. Entschuldigung. Äh, ob man die jetzt einlösen kann und erst freigeschaltet werden zum 30. Das kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, müsste mal testen. Für die Leute, die gewinnen. Ähm, zusätzlich zu den zwei Dying Light Keys haben wir noch. Zwei Dying Light T-Shirts. Genau. Wir haben es mit T-Shirts. Ähm, ja. Dying Light steht vorne drauf. Hinter steht Good Night, Good Luck drauf. Ist da auch wieder was mit, äh, Games kommen? Ne, da steht nur Techland, Warner Brothers Games, ähm, Facebook-Seite und normale Homepage. Beide auch wieder in der schönen Größe L. Mein Schlaf-T-Shirt quasi. Genau. Das, ähm, wird dann zusätzlich verschickt. Also, nicht das Schlaf. Das ist nicht, das ist nicht zum Schlafen angehabt. Das braucht ihr keine Sorgen machen. Habt ihr nicht. Ja, ihr könnt immer die Keule, die ich aufgeblasen habe, gewinnen. Da hat sie ihren Mund dran hier. Genau. Ja, ähm. Ja, ihr bekommt quasi, ähm, pro Key ein T-Shirt dazu. Sprich, ähm, jeder, der einen Dying Light Key bekommt, die wir ja zwei machen, der bekommt auch ein T-Shirt dazu. Ähm, ja, so läuft das. Das ist der zweite Hauptpreis letztendlich, beziehungsweise einer von fünf Hauptpreisen. Nun kommen wir, ähm, zu weiteren physischen Zeugs, was wir hier noch haben. Was wir, gerade war so eine halbphysische. Ja, such dir irgendwas aus, was du sagst. Ja, ähm, damit bedanken wir uns erstmal hauptsächlich bei Nintendo und Activision. Ja, jetzt weiß ich nicht, was wir hochhalten sollen. Erstmal bei Nintendo, denn die haben uns das gute Super Smash Bros. oder Bros. für die Wii U zur Verfügung gestellt. Original verpackt, ähm, mit Folie. Mit Folie. Und mit Verpackung, die blau ist. Ja. Zum anderen haben wir, was ein weiterer Hauptgewinn ist. Achso, mehr würdest du gar nicht sagen. Mehr, das ist für die Wii U. Okay, das ist ein einzelner Preis. Genau. Achso, für die Wii U. Ein weiterer Preis ist das, naja, nicht preisgekrönter, aber ein Spiel. Call of Duty Advanced Warfare muss man, glaube ich, ein bisschen schräger halten. Ja, ja, nee. Dass es nicht so blendet. Für die Xbox One haben wir das. So, an dieser Stelle gleich, ich weiß nicht, ob du daran denkst, ab 18. Das heißt, wir verschicken das auch wirklich nur an über 18-Jährige. 18-Jährige kann auch gleich größer als, ähm, genau. Das müssen wir leider auch beachten. Also, falls jetzt irgendwelche Fans, äh, dabei sind, die unter 18 sind, tut uns leid. Wir brauchen auf jeden Fall einen Nachweis, dass ihr über 18 seid dann. Das geht natürlich auch für dein Leid. Ach ja, das geht auch für dein Leid. An dieser Stelle gesagt. Ja, leider Gottes. Ähm, beides ab 18. Von daher, ähm, ja, ist es das Problem, dass wir das so nicht weiter verschicken können. Wenn ihr nicht 18 sein solltet, äh, wir brauchen dann tatsächlich so einen kleinen, äh, ja, vielleicht einen Personalausweis, äh, Kopie oder sowas, dass ihr dann tatsächlich, äh, 18 oder über 18 seid. Ansonsten, ähm, wäre der jetzt nicht so cool, ne? Ja, äh, kommen wir zum Hauptpreis. Zum Mega-Fetten, Hammer-Fett-Storm-Bekraft. Zu einem, äh, Paket, das uns Sean-Kuhn zur Verfügung gestellt hat. Hier nochmal, Dankeschön, Björn, für die vor allem super schnelle Lieferung. Ja. Man muss ja mal sagen, äh, zwar kamen die DHL-Leute einen Tag zu spät an, trotzdem kam es am nächsten Tag bei uns an. Was sehr cool ist. Ja, das, da sollten sich einige andere mal eine Scheibe abschneiden, würde ich mal behaupten. Hm, ja. Ja. Und weil wir ja sowieso schon die ganze Zeit so gut dabei sind, fangen wir mal, äh, mit dem Inhalt des Paketes an, mit der Nummer 1. Ein T-Shirt. Ich, ähm, könnte das natürlich auch jetzt mal, das ist nämlich so schön Klebe, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen doof an, aber. Ja, kann man nicht überzumachen. Hm, ah, das ist so ein schöner Stoff. So, es ist. Kriegst du da Geld für? Also, ich nicht. Ein T-Shirt, ähm, von Sharkoon, äh, zu, passend dazu, komm ich aber gleich, oder kommen wir gleich noch zu, ähm, ja, Sharkzone Take Byte, powered by Sharkoon, auch in der XL, aber wer dieses gewinnt, kriegt das T-Shirt sowieso. Also, ihr habt oder so dann, äh, das XL-T-Shirt. Also, ihr kriegt quasi, äh, das Sharkoon-Paket, äh, gesondert, da ist zudem jetzt das T-Shirt dabei und des Weiteren haben wir noch, ähm, ein ganz schickes, das kann man, genau, das ist das hier, das Mauspad, das P40, wenn ich mich nicht täusche, äh, Sharkzone P40 Mauspad, ebenfalls von Sharkoon, das kannst du nur so aufreißen, deswegen, ähm, zeigen wir es mal nicht, das ist quasi nur das, äh, Mauspad, das ist so ein labbriges Mauspad, das ist quasi nicht so Stoff, äh, so ein harter Stoff, wie man es kennt, das ist so ein schönes, labbriges, was sich quasi der Untergrundfläche ein bisschen anpasst, sehr cooles Ding auf jeden Fall, ähm, hatten wir auch schon Benutzung und passend dazu, nee, das nicht jetzt, aber, äh, passend dazu, denn wer braucht schon, äh, ein Mauspad, wenn er nicht die passende Maus dazu hat, ja, die haben wir schon mal ausgepackt, ähm, vielen lieben Dank an Sharkoon nochmal an der Stelle, das ist, äh, die coole, coole Sharkzone Gaming-Maus, äh, äh, M20 von Sharkoon in gelb, mit einem, äh, sehr coolen, was sehr cool ist, ähm, da muss ich mal kurz noch mich, äh, schlau machen, oder, wo hast du die Verpackung, die können wir auch nochmal in die Kamera halten, denn, ja, wir wollten die mal oder sollten die auch mal euch ein bisschen zeigen, denn die ist, äh, so in der Hülle, in der Verpackung nicht ganz ersichtlich, deswegen haben wir die mal ausgepackt, um euch die mal ein bisschen näher zu zeigen, ähm, die ganze Maus gibt's tatsächlich nur in gelb, ähm, hat ein, ich erklär, ja, ich, äh, sag das noch nicht so, ähm, was cool ist, was generell für Sharkoon gilt, ne, das muss man echt mal sagen, also, äh, andere Maushersteller, hast du nicht gesehen, haben ihre Vor- und Nachteile, was ich aber an Sharkoon richtig, richtig cool finde, und dafür kriege ich tatsächlich kein Geld oder sonstiges, oder wurde dafür, äh, angemahnt, dass ich das Sachen soll, ne, wir haben ja selbst, äh, von Sharkoon, äh, in, 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 hier benutzt ein paar Produkte, äh, und guckt euch mal das Mauskabel an, die generellen Kabel sind, jetzt krieg ich den nicht richtig drauf, ja, also ich sag mal, die generellen Kabel sind so massiv verstärkt und auch so gemacht, dass ein Kabelbruch quasi überhaupt nie möglich ist, das Problem hab ich mit so vielen Klamotten, sag ich mal, dass die irgendeinen Kabelbruch haben. Das ist quasi wie ein richtiges Seil, was man halt so aus Baumärkten kennt. Ja, ich guck mal, warte mal, äh, Textil ummanteltes Kabel steht hier drauf und, was auch wichtig ist, ein goldbeschichteter, beschichteter USB-Stecker, also für bessere Übertragung, ähm, hast du nicht gesehen, das kennt man ja quasi aus allen Bereichen, Gold leidet halt besser. Es liegt auf jeden Fall wunderschön in der Hand, sie, die Maus, das ist echt schön. Sie. Sie liegt gut in der Hand. Ja, ähm, zudem gibt's halt noch ein paar andere Eigenschaften, die wir euch jetzt allerdings nicht nennen werden und können, denn das ist, äh, Teil des Gewinnspiels, liebe Freunde. Da könnt ihr euch nämlich selbst informieren, müsst euch sogar selbst informieren über die Maus, was die denn so kann, denn die folgende Frage beruht auf der Maus. Unsere Frage ist, die, die, unsere Frage ist, die natürlich, äh, Voraussetzung für das Gewinnspiel ist, also, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, müsst ihr diese folgende Frage beantworten, und zwar unter. Unter? Wo? Ich würde es anders erklären. Okay, dann erklär anders. Also, ich stelle erst mal die Frage, oder ich sage, danach kann man nämlich erklären, wie es abläuft. Unsere Frage ist, wie viele Tasten hat die Sharkzone P40 Gaming Maus? Das ist das Mauspad, aber gut. Oh, M20 Gaming Maus. Ich guck grad da P40. Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht mehr, wie die heißt. M20. M20 P40. Hätte ich's doch mal allein gesagt, ne? Hast die M20? Wieso heißt, na, okay. P40. Ne, das ist ein Mauspad. So, schneiden wir raus. Äh, die Sharkzone. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. M20 Gaming Maus von Sharkoon. Ja, wie viele Tasten hat diese Maus? Zehmer. Eins, zwei, drei, vier, noch ein paar mehr. Weiter kann sie nicht zählen. Weiter kann sie nicht zählen. Sie hat vier Tasten. Nein, natürlich nicht. Genau. Und, ähm, wir haben uns eine spezielle Methode ausgesucht, wie wir das ganze Zeug an euch bringen wollen, an den Mann bringen wollen, an die Frau bringen wollen. Nämlich, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Insgesamt Möglichkeiten. Äh, insgesamt sechs. Ja. 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 So. Ähm, ja, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Das ist nämlich so. Also, als allererstes natürlich, ähm, möchten wir, oder es wäre ganz toll, wenn ihr Sharkoon liked, die Seite. Ja, die uns ja wirklich sehr viel unterstützen, ähm, guten Kontakt haben, und so weiter, und so fort. Alle Links, oder alle Seiten, die ich jetzt nenne, die seht ihr auch unten in der Beschreibung, oder wir blenden die hier irgendwo ein. Das müssen wir im Endeffekt sehen. Mindestens in der Beschreibung sind sie auf jeden Fall. Ja, genau. Sharkoon liken. Ist Nummer eins. So. Dann Kimbo liken, die uns die Dying Light Keys zur Verfügung gestellt haben. So, was haben wir noch Schönes? Genau. Dann, äh, unsere Facebook-Seite NextUp liken, weil wir machen jetzt öfter sowas. Wir, genau, durch den Release gab's jetzt was Großes. Wir versuchen natürlich öfter solche kleinen, ähm, Giveaways zu veranstalten. Und bringt euch nur Glück, knickt. Nur Vorteile. Nur Vorteile, wenn ihr die Facebook-Seite geliked habt und immer mitbekommt, wenn was Großes am Start ist. Ja, zudem werden wir jetzt auch, ähm, relativ häufig auf Facebook, ähm, nicht nur Gewinnspiele natürlich, ähm, veranstalten, sondern auch Tests, Vorschauen, News und so über die Facebook-Seite natürlich promoten, beziehungsweise posten. Sprich, äh, falls ihr da auf die, ja, auf der Höhe, auf der Aktualität der neuesten, äh, Videospiele sein wollt, ähm, ob das jetzt nun PC, Konsole, beziehungsweise, äh, PS4, Xbox One, hast du nicht gesehen, sind, dann könnt ihr natürlich, äh, auf NextUp vorbeischauen. Da gibt's dann fortan das neueste Zeug aus der Gaming-World. Was ist das Zeug? Das neueste Zeug. Okay. Ja. Und so wird das laufen. Deswegen, ähm, ja, NextUp auch mit dabei, mit liken. Das ist natürlich, äh, wäre natürlich super. Ja. Ja. Genau, die Facebook-Seite. So. Dann möchten wir euch bitten, dass ihr auf unserer Homepage nextup.de, wo auch dieses Video hier erschienen ist, äh, das habt ihr wahrscheinlich, ja, entweder über YouTube, über Facebook, wo auch immer mitbekommen, dass ihr da die Frage beantwortet, also auf der Homepage die Frage beantworten. Nur auf der Homepage, bitte. So. Das wären vier. Dann, ähm, werden wir euch natürlich auch sehr verbunden, wenn ihr dieses fette Gewinnspiel all euren Freunden mitteilt, damit noch viel mehr die Chance haben zu gewinnen. Ist nämlich total toll für die anderen. Nein. Das wäre auf jeden Fall Nummer fünf. Und, ähm, los Nummer sechs. Wäre, äh, ja, auch eine Herzensangelegenheit von uns, dass ihr die Seite tech, äh, tech win, minus win, steht auch in der Beschreibung, auf Facebook auch like, denn das ist ein, ja, sagen wir mal Kollege, ähm, der uns auch ganz doll schon bei Replay unterstützt hat. Und der veranstaltet auch sehr, sehr oft, ähm, Gewinnspiele zum Hardware. Ich glaub, vorrangig zu Hardware. Also allgemein, was es so ansteht, ja, Hardware. Auch so vieles im Gaming-Bereich, äh, Headsets und so weiter und so fort. So. Nochmal schnell, äh, schnell durchlaufen. Auf der Homepage nextup.de, äh, unter dem Beitrag, unter das Video, kommentieren, die Frage beantworten. Los Nummer eins. Los Nummer zwei. Facebook-Seite nextup liken. Los Nummer zwei. Kimbo liken. Nummer drei. Sharkoon liken. Nummer vier. Tech win liken. Nummer fünf. Und, was hab ich jetzt noch vergessen? Und den, äh, Facebook-Post teilen. Sechs. Also ihr habt bis zu eine sechsmal so große Chance, eins von diesen Dingern zu gewinnen, beziehungsweise den Hauptpreis zu gewinnen. Ja, wir werden es quasi so verfolgen, ähm, wie oft ihr oder wann ihr und wie ihr das daran teilgenommen habt quasi. Habt ihr alle diese sechs Sachen gemacht? Habt ihr nur fünf Sachen gemacht? Habt ihr nur vier Sachen gemacht? Natürlich haben die Leute, die tatsächlich alle sechs machen, eine höhere Chance, eine etwas höhere Chance. Aber ihr seid dazu nur, also nicht angehalten, beziehungsweise ihr müsst es natürlich nicht machen letztendlich. Ähm, natürlich, ähm, müsst ihr jetzt nicht irgendwie andere Seiten liken. Wär aber cool. Und, äh, es erhöht letztendlich nur eure Chancen. Und, ähm. Abgesehen davon erhöht es auch die Chance, dass beim nächsten Mal nochmal sowas Tolles dabei ist. Diverse Keys von Kimbo oder von Sharkoon noch mehr Zeug. Und, ja, das bringt quasi auch nur euch weiter, weil die dadurch uns mehr unterstützen. So sieht das mit aus. Und, achso, falls ihr jetzt irgendwie denkt, äh, ja, nee, das wählen wir zufällig aus. Nein, wir lassen das Ganze durch ein Programm laufen. Ja, denn wir lassen es quasi wirklich, äh, durchlaufen und wir können das nachvollziehen, was ihr letztendlich gemacht habt. Ähm, braucht euch also keine Gedanken machen, dass wir das dann nicht nachvollziehen können letztendlich, ähm, kriegen wir schon hin. Deswegen macht euch da immer keine Gedanken. Falls ihr jetzt nicht mitgekommen seid, was ihr direkt machen wollt, unten im Video oder auf dem Beitrag selbst steht natürlich nochmal, was genau ihr machen müsst oder machen könnt, um hier eure Gewinnchancen zu maximieren. Und, ja, dann seid ihr im Prinzip auf den Laufenden. Achso, ähm, dann wollten wir das doch eigentlich noch so machen. Wir reden jetzt schon viel zu lange. Mal gucken, ob die überhaupt bis zu meinem Zuhörer schauen. Eigentlich hätten wir jetzt jetzt die Frage stellen müssen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, also wenn ihr die Frage beantwortet und sagt, ey, eine Maus habe ich mir gerade erst gekauft oder, ach, Call of Duty, oh nee, überhaupt kein Bock drauf, schreibt das einfach in die Kommentare. Also nicht, dass ihr keinen Bock drauf habt, sondern was ihr lieber gewinnen wollt. Ihr könnt ruhig sowas schreiben. Von wegen, keine Ahnung, ihr habt keine Xbox One, deswegen bringt euch das eh nichts, dann wollt ihr lieber das und das haben. Oder wenn ihr einfach alle großen Sachen schon habt, dann wollt ihr ein T-Shirt haben. Könnt ihr, sowas könnt ihr gerne schreiben. Ähm, inwiefern ist das beeinflusst? Schauen wir dann. Aber schreiben schadet nicht. Genau, ähm, das Wichtige an der Sache ist, ähm, ihr müsst ja oder sollt ja, ähm, unter dem Artikel hier quasi kommentieren. Also nicht auf YouTube, nicht auf Facebook, sondern auch nextup.de slash Gewinnspiel, Release-Gewinnspiel wahrscheinlich, äh, werden wir es nennen. Und da drunter in dem Post ist, äh, Discuss, ein Kommentierprogramm oder ein Kommentarprogramm, mit dem ihr kommentieren könnt. Und da rein könnt ihr dann die Antwort auf die Frage, wie viele Tasten hat die SharkZone M20, da könnt ihr die Antwort draufhauen oder reinhauen und zusätzlich dann noch schreiben. Was hättet ihr denn gern als Hauptpreis? Das wäre sehr wichtig, dass wir quasi jemanden nicht den Vorrang der Maus lassen, falls, äh, wenn er dann überhaupt keine Maus braucht zum Beispiel, ne? Das ist halt so ein Ding. Deswegen reinschreiben, was braucht ihr, was wollt ihr. Es macht ja natürlich auch keinen Sinn, jemandem, ähm, die Xbox One-Version von Call of Duty zu geben, wenn er nicht mal eine Xbox One hat. Deswegen alles, äh, noch dazuschreiben. Ich suche gerade das Ding, was, also nicht sagen, was es ist, aber was hier noch dazu war. Achso, das ist da unten. Ja, aber wo? Ich, ah, okay. Gut. Ja, ein sehr cooles Teil. Ja. Okay. Ich weiß, ich wollte... Achso, ich dachte, ich wollte es zeigen. Gut, liebe Freunde, dann wünsche ich euch oder wünschen wir euch viel Glück bei dem Release-Gewinn-Spiel von NextUp, deiner Gaming-Seite, deines Vertrauens für die Zukunft, für alle Ewigkeit, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so richtig durchstarten wird. Genau. So sieht's aus. In diesem Sinne sage ich, Game Over. Und bis zum nächsten Mal.